Hallo ihr alten Gesichtshieroglyphen, hier ist wieder euer Soul Skinner mit einer neuen Folge Soul Skinner TV und ich mache mir jetzt zuallererst mal eine halbe auf. Wartet mal, das mache ich hier jetzt ganz offiziell so. Jetzt gibt es ein ASMR Getränk quasi für euch, eine schöne halbe, wartet mal, wartet. Es gibt was zu feiern. Ihr habt lange nichts mehr von mir gehört, jetzt gibt es offiziell was zu feiern. Wenn ich jetzt ein Kopperchen machen muss, dann ist es halt so. Die Acolyte Season 2 ist gecancelt. Es wird sie nicht geben, sie ist offiziell vom Tisch. Und jetzt nehme ich nochmal einen Schluck, weil das so eine gute Nachricht ist. Ich fühle mich richtig gut. Okay, für jeden, der unterm Stein lebt oder überhaupt gar nicht in diesem Universum und nicht weiß, was die Acolyte ist, das war jetzt auf jeden Fall eine Serie von Disney Plus, Star Wars Serie von Lucasfilm, die quasi, ja, der größte Scheiß war, den es überhaupt gegeben hat. Also ich habe noch nie so eine schlechte Star Wars Serie gesehen. Ich wollte eine Review darüber machen, aber ich war so kaputt danach, mental gebrochen, nachdem ich mir alle acht Folgen angeschaut habe. Nein, geht nicht. Wie gesagt, ich war mental broken, ich konnte nicht mehr, ich wollte nicht mehr. Eigentlich habe ich eigentlich mit allem schon abgeschlossen irgendwie. Aber jetzt sind die Nachrichten da, die guten Nachrichten. Es wird definitiv keine Staffel 2 geben. Die Viewerzahlen waren am Ende der Staffel anscheinend so schlecht, dass man sich seit Hans Disney dazu entschieden hat, das Ganze in den Boden zu rammen, wie ein umgedrehtes Kreuz auf einem norwegischen Black Metal Festival. So sieht es aus. Ich bin glücklich darüber, einige sind es vielleicht nicht, die 2, 3, denen es gefallen hat. Das mag sein, dass es Leuten gefallen hat, das ist ja auch legitim. Wie gesagt, es ist alles okay, wir können die Serie mögen, aber sie ist halt trotzdem in meinen Augen der größte Dunk. Aber Meinungen sind unterschiedlich, Meinungen und Perspektiven sind verschieden. Nichtsdestotrotz muss ich an der Stelle sagen, dass Leslie Hadland, die Dame, die das Ganze verwurschtelt und gemacht hat, hoffentlich nie wieder einen Job bei Star Wars kriegt. Nicht no hate gegen sie, naja, vielleicht doch ein bisschen. Allein deshalb, weil sie auf das Erbe von George Lucas sowas von diarösiert hat. Sie hat Diarrös drauf geballert, also sie hat wirklich kodiert darauf. Da kann man nur sagen, ich hoffe, dass die Frau nie wieder bei Disney anheuern kann als irgendetwas, außer vielleicht als, keine Ahnung, Kartoffelschälerin oder whatever in der Kantine. Aber ansonsten lasst die Frau von allem weg, was irgendwie nur ansatzweise mit Star Wars zu tun hat. Ihr merkt, ich bin ein bisschen emotional. Und wenn es um Star Wars geht, darf man das auch gern sein, vor allem, wenn man Star Wars-Fan seit seiner Kindheit ist. Da darf man auch mal ein bisschen aus sich rausgehen, würde ich sagen. Und wie soll ich das jetzt sagen? Warum bin ich jetzt so glücklich, dass es keine Staffel 2 von The Acolyte gibt? Nun, The Acolyte erstens mal war Storytelling-technisch der absolute Bullshit. Der Law-Breaking, Canon-Breaking. Also es wurde hier alles betrieben. Wie gesagt, es wurde auf die Legacy von George Lucas quasi geschissen. Und deshalb bin ich froh, dass es keine zweite Staffel gibt. Auf der anderen Seite wiederum haben wir jetzt natürlich ein Riesenproblem. Ich weiß nicht, ob ihr die Staffel gesehen habt. Also es kommt hier definitiv zu Spoilern. Also wer die Staffel noch sehen will, sollte das auch tun. Und wie lange eventuell diese Staffel noch auf Disney Plus ist. Ich kann mir nicht, wer weiß, vielleicht knallen sie sie runter. Wahrscheinlich wäre das auch gar keine schlechte Idee, aber dazu komme ich nachher noch. Also nochmal zurück zum eigentlichen Thema. Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, ganz ehrlich. Weil das Bier, das schmeckt so gut. Ich glaube, ich nehme nur mal einen Schluck. Warte mal. Es tut so gut, dieses Siegerbier zum Trinken. Auf jeden Fall waren die Viewerzahlen verdammt mies und verdammt schlecht. Und deswegen wurde dieses Projekt in den Boden gestammt. Ah, jetzt weiß ich wieder, wo ich war. Siehst du, jetzt habe ich den Punkt wieder oder den Faden wieder. Also es hat auch seine negativen Sachen, seine negativen Aspekte. Und zwar ein großer negativer Aspekt ist, dass ja so viel Lawbreaking in dieser Serie betrieben worden ist, dass diese Fehler, diese ganzen Fehler, die dort gemacht worden sind, mit Kia Di Mundi, der auf einmal auftaucht, der eigentlich gar nicht da sein dürfte, so gesehen, erstens mal, weil er da noch nicht gelebt hat, seine Existenz war noch nicht da, noch, dass er dann die ganze Josie mit Sith-Yedi-Slamming, also es wurden viele Jedis getötet, hat er alles mitbekommen. Auch wenn auch bloß mit einem Ohr, aber in seinem langen, fetten Schädel dürfte das auf jeden Fall hängen geblieben sein. Und bei der dunklen Bedrohung quasi weiß er von gar nichts auf einmal. Er sagt halt, ja, die Sith sind verschwunden seit über tausend Jahren. Ja. Ja. Tatsächlich? Nein. Alles das ist natürlich absoluter Bullshit gewesen. Auch am Schluss mit Yoda, dass Yoda noch auftaucht. Darth Plagueis hat man mit reingezogen, der eigentlich dort in meinen Augen überhaupt gar nichts zu suchen hat, in der Hoffnung, dass man mit Staffel 2 irgendwie dort weitermachen kann und weiter Charaktere von Star Wars zerstören kann. Ich bin Gottfroh, dass das nicht passiert. Ich bin Gottfroh, dass das aus der Welt ist. So, wie kann man das Ganze fixen? Das kann man eigentlich nicht mehr fixen, weil das ist ja jetzt offiziell Kanon. Aber ich habe mir überlegt, wenn Disney jetzt wirklich, also wenn man sich dort einig sein sollte, dass das scheiße ist, was ja nicht schwierig ist, könnte man es tatsächlich so machen, was man auch mit dem Expanded Universe gemacht hat, mit der EU. Man könnte quasi auch Legends einführen dort. Also so, wie man es bei den Büchern gemacht hat, die halt dann Legends sind, die nicht mehr offiziell Kanon sind. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ich könnte mir vorstellen, dass man die Acolyte als Star Wars Story vielleicht deklarieren könnte und es einfach in diese Legends, in diesen Legends Bereich rein drücken könnte. Das wäre eine Lösung, mit der, denke ich mal, viele Star Wars Fans konform gehen würden und das Ganze quasi aus dem Kanon streichen. Das ist für mich persönlich die einzige Lösung, um den Schaden, den diese Serie an der Story, wie gesagt, an allem, an der Lore gemacht hat, um den irgendwie noch so gering wie möglich zu halten. Das ist die einzige wirklich gute Möglichkeit. Und damit könnte sich auch quasi Lucasfilm, damit könnte Kathleen Kennedy vielleicht noch eine gute Sache machen, bevor sie hoffentlich irgendwann mal in Rente geht, die alte Schachtel. Das wäre eine Lösung, mit der man, denke ich mal, bei den Star Wars Fans offene Türen eintritt und wirklich den Schaden noch gering halten könnte. Macht das bitte, LucasArts. Nicht LucasArts, sondern LucasFilms. Denkt darüber nach, ob diese Serie wirklich so im Kanon stehen bleiben kann und darf. Ich sage auf keinen Fall, haut das Ding raus. Macht Legends draus, macht eine Star Wars Story draus, die irgendwie, ja, die halt, es ist halt passiert. So, man wollte es nicht, das ist wie ein schlechter One-Night-Stand. Man wacht neben mir, oh, scheiße, was ist denn das hier neben mir? Passiert, ist halt nun mal so, Stabels oder Heft ist ab und es war ein Unfall. Klatsches in den Non-Kanon-Reihen, in den Legends-Bereich. Und gut, das ist die einzige Möglichkeit. Wie geht es mit Star Wars weiter? Nach diesem ultimativen Sargnagel, was ja viele gesagt haben, auch viele YouTuber sagen, das war der krasse Sargnagel. Nein, das war schon vorher so. Ich glaube, Ahsoka hat auch nicht so viele Leute gezogen. Ich glaube, da waren es am Schluss ein bisschen mehr. 200 Millionen Viewer mehr irgendwie oder Minuten mehr. Das reicht nicht aus. Ich hoffe, dass von Ahsoka noch eine zweite Staffel kommt. Das hätte sie verdient. Also Ahsoka hätte es verdient. Die Staffel war nicht so schlecht. Es waren Teile dabei, wo ich mir gedacht habe, ja gut, das muss jetzt nicht sein, das war ein bisschen scheiße. Aber im Großen und Ganzen war die Staffel nicht schlecht. Und das Ende lässt natürlich auch noch viel Raum für Spekulationen offen. Das von Acolyte auch. Aber da will eigentlich niemand wissen, wie es weitergeht. Ich glaube, ich hoffe, dass wir von Ahsoka noch was sehen werden, dass der Mandalorian im Grogu-Film vielleicht auch nicht so vogue wird, so ultra-vogue, dass man da auf gute Story setzt und nicht irgendwie auf, ja da muss jetzt der und der besetzt sein, weil sonst ist das und das schlecht und der und der passt vielleicht ja gar nicht da rein. Und whatever, sich so viele Gedanken machen, denke ich mal, diese ganze Vogue-Scheiße, da müsste man raus, diese ganze Aktivisten rausklatschen, die eigentlich nur ihre politische Agenda durchdrücken wollen, anstatt gute Storys und gute Star-Wars-Charaktere zu erzählen. Ganz schlimm, muss ich ganz ehrlich sagen. Da war das Kopperchen, habt ihr es gehört? Ganz schlimm. Und ich hoffe, dass sich das noch irgendwie einspielt. Wir haben da noch ein Projekt von Star Wars momentan. Skeleton Crew, ich habe den Trailer gesehen, das wirkt so wie ein bisschen Weltraum-Goonies. Hat ja auch jeder geschrieben. Also so ein bisschen so ein Jugend-Adventure, würde ich mal sagen. Da weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Solange es nicht in die Lore eingreift, solange es ein eigenständiges Ding ist, was jetzt nicht so komplett irgendwie alles wieder kaputt macht, ist das absolut legitim und ist auch in Ordnung. Auf sowas hätte ich mich auch bei Acolyte tatsächlich gefreut. Aber das hat so viel Einfluss auf den Rest der Story genommen, da kann man nicht drüber wegsehen. Bei Skeleton Crew, muss ich sagen, bin ich vorsichtig, vorsichtig optimistisch. Und wer weiß, vielleicht wird es was. Jude Law macht mit. Jude Law ist generell ein geiler Schauspieler. Ich denke, er wird eine Rolle von einem Machtsensitiven oder Jedi spielen oder zumindest ein bisschen Leader-Stuff. Aber ich denke schon, dass er ein bisschen so in dem Jedi-Style herkommt. Vielleicht ist er einer. Man weiß ja über Skeleton Crew jetzt, glaube ich, noch nicht so viel. Ich habe mich da auch noch gar nicht richtig informiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Da habe ich noch ein bisschen Angst davor, mich da vielleicht anhypen zu lassen. Drücken wir es mal so aus, weil die Gefahr ist halt da, dass du doch wieder enttäuscht wirst als Star Wars-Fan. Und das will ich jetzt momentan gerade nicht. So, das soll es jetzt auch schon gewesen sein. Ganz kurze Nummer von mir. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr schaut wieder rein. Ich glaube, ich werde wieder öfters Videos machen, vor allem zum Thema Star Wars. Gibt es ja Design oder andere zu berichten. Ich hoffe auch, dass Kathleen Kennedy bald den Stuhl räumt. Ich glaube, was ich gehört habe, die hat noch bis Oktober Vertrag. Und dann geht es weiter oder nicht. Weiß man nicht so genau. Habe ich jetzt so mal mit einem Ohr irgendwie im Internet vernommen. Und ich hoffe, dass sich bei Disney und vor allem auch bei Lucas da etwas ändert. Lucasfilm etwas ändert und man die richtigen Schlüsse aus die Ecolite zieht, die ja wirklich katastrophal waren. Muss man sagen, das war ein Riesenhaufen Scheiße. Der Riesenhaufen Kacke, der bei Jurassic Park gleich am Anfang vorkommt. So sieht es aus. Riesenhaufen Dinosaurier-Scheiße. Ich wünsche euch was. Haut rein. Bis dann. Ich trinke mein Bier fertig. Ich trinke mein Bier fertig.